Guten Morgen, Grundausbildung. Guten Morgen, Herr Karolik. Aus, Grundausbildung, runter. Eine Küche auf Sternenniveau erwartet niemand bei der Bundeswehr, aber trotzdem muss es sauber sein. Da ist noch was drauf. Hier, die ganzen Reste vom Kochen, alles das, was angebrannt ist. Haben Sie da was zu tun? Sieht nicht so aus. Nehmen Sie sich diesen Spachtel und machen das alles weg. Jawohl. Jawohl. Herkommen, mitmachen. Ausgebildet wird in einer schmucklosen Halle aus Blech und Beton. Hauptmann Wilfried Kladt führt das Kommando. Die mobile Kochstation ist sein Lieblingsspielzeug. Der Hauptmann ist gelernter Fleischermeister und seit einem Jahr Ausbilder in der Kochschule. Eine der ersten Lektionen, die er seinen Schülern erteilt, kulinarische Fantasie ist am Kasernentor abzugeben. Stopp, 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 stopp. Das hier ist eine taktische Feldküche 250. Draußen im Volksmund würde man wahrscheinlich auch sagen Gulaschkanone. Wir haben hier eine Backmuffel. Wir können hier drin backen, überbacken und alles Mögliche machen. Wir haben hier zwei schöne große Drahtmuffeln, wie wir dazu sagen. Wenn man hier weitergeht an der TFK, findet man hier einen Kochkessel. Davon haben wir auch zwei Stück. Also ein richtig überdimensionaler Schnellkochtopf, wenn man so will. Die Azubis lernen schnell. Kochen bedeutet bei der Bundeswehr vor allem Tüten aufreißen und deren Inhalt aufwärmen. Effizienz geht hier vor Geschmack. Gruppenverpflegung wird jeweils für 20 Mann abgepackt. In dem 20-Mann-Paket ist alles drin, was ich für 20 Mann tatsächlich brauche. Und hier haben wir mal zur Auswahl, wir haben es einfach mal ausgelegt. Zum Beispiel Serviettenknöde, Sämme, Serviettenknöde. Wie man feststellt, sind die was? Fass mal an. Ja, die sind im Granulat. Die sind trocken. Delikatesse-Schnittboden. Was sind die, wenn man da mal richtig dran schüttelt? Sehr locker. Also auf jeden Fall getrocknet. Getrocknet. Auch getrocknet. Was ist hier mit, mit den Rouladen? Ja, die müssen auch warm gemacht werden im Warmwasser. Aber die sind teilweise schon vorgegart, aber die müssen ja noch warm gemacht werden. Die sind schon fix und fertig gegart. Wichtig ist, wenn Sie es zubereiten und noch keine Erfahrung haben, dann müssen Sie diesen Zubereitungshinweis hundertprozentig einhalten. Weil wenn Sie da zu viel Wasser reingeben, dann ist es Pampe, auf gut Deutsch. Wenn Sie da zu wenig reinpacken, dann ist es Beton. Also der künstlerischen Kreativität jedes Fünf-Sterne-Kochs sind hier absolute Grenzen gesetzt. Die Menüs aus der Alupackung wirken wie Relikte aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, als der Toast Hawaii den Höhepunkt deutscher Kochkunst markierte. Kein Wunder, dass es vielen, die sich zum Heereskoch ausbilden lassen, eigentlich gar nicht ums Essen geht. Ich wollte in meinem Leben mal was erreicht haben und das werde ich bei der Bundeswehr. Was? Kriegenfeldwebel. Da habe ich viel mehr, da bin ich als allererstes Soldat, kann mit dem Gewehr umgehen, kann mein Land, für mein Land eintreten und für meine Soldaten sorgen. Das Erwärmen sollen die Soldaten nun bei den Kameraden im Manöver anwenden. Feuer! Unter MG-Beschuss schaffen sie es, die Gulaschkanone sicher ins Feld zu bringen und dort Angriff sicher zu tarnen. Sonst gäbe es kalte Küche statt kalt im Krieg. Außerdem kein Essen, keine Moral beim Soldaten. So einfach ist das. Ausbildung einstellen! Zur Mittagsverpflegung, zum Küchentonner! Die Kochausbildung bei der Bundeswehr, nichts für ehrgeizige Herdkünstler und andere sensible Feingeister. Gourmets sind hier völlig falsch. Merci. Das mit dem Küch hat sich bei mir auch erledigt, kannst du alleine essen. Schmeckt mir nicht, das ist Matsche nur. Und die Verpflegung sonst hier? Naja, schmeckt, ist nicht das Wahre, aber der Hunger treibt es rein. Und der Hunger treibt sogar auch noch den Nachtisch rein, das leckere Bundeswehr-Dessert. Das Dessert hier, das haben wir heute auch selber hergestellt aus der Gruppenverpflegung. Hergestellt meint natürlich, dass es im richtigen Mischungsverhältnis mit Wasser angerührt worden ist. Aber hier gucken wir mal, da muss ich erstmal probieren, was das ist. Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Ja, das hier ist eine ganz normale schöne Creme. Mit Johannisbeeren. Schmeckt gut. Und denke ich, sieht so auch sehr ansprechend aus, wenn man das so schön abfüllt und portioniert. Wird einfach nur das Pulver in das Wasser eingerührt, dann wird es abgefüllt und dann ist es fertig. Noch mehr Feinschmecker-Kochkunst der Bundeswehr sehen Sie heute ab 23.15 Uhr in der Spiegel-TV-Reportage. Natürlich hier in Sat.1.